Aus meiner Sicht die wichtigste Regel bei der KP-Vorbereitung ist, dass Sie Wichtiges sicher und spontan sprachlich aktiv produzieren können müssen und in die Breite lernen. Das ist viel wichtiger und besser als wenige Themen tief gelernt zu haben. Ganz klassischer Fehler, viele fangen mit ganz großer Motivation an, lernen dann aus irgendeinem Material oder Buch alles bis in die absolute Tiefe, weil sie gerne alles richtig verstehen wollen und merken dann irgendwann, hey, sie kommen nicht schnell genug durch die Themen. Und ja, deshalb ist das die absolut wichtigste Regel, die über allem steht. Man fällt in der Regel nicht durch eine KP, weil man irgendwas in der Tiefe nicht wusste und wenn das so ist, dann können Sie sich darauf sowieso nicht vorbereiten. Man fällt durch, weil man irgendwas Wichtiges, Oberflächliches nicht weiß und dann die Prüfungskommission sagt, naja, das hätten Sie aber wissen müssen. Okay, also das müssen Sie verhindern. Nun, wie macht man das? Grundsätzlich ist immer wieder die Frage der Lerntiefe. Also wie tief muss ich denn nun eigentlich lernen? Wo kann ich aufhören? Darüber kann man nun den ganzen Tag reden. Die Lösung, die ich Ihnen hier aber anbiete, ist, dass Sie mit den Audio-Mindmaps lernen. Dort haben Sie die richtige Lerntiefe automatisch abgebildet. Sie lernen einfach das, was da steht und sind fertig. Nun, wenn es um die Themenauswahl geht, grundsätzlich können Sie den KP-Lernplan verwenden, den Sie ja hier sehen. Und passen das dann gegebenenfalls etwas an nach Wahlthemen, falls es in Ihrem Prüfungsort es Wahlthemen gibt. Gegebenenfalls auch Schwerpunkte der Prüfer, das können Sie natürlich berücksichtigen. Aber grundsätzlich gibt es hierbei natürlich auch gewisse Probleme, die entstehen können. Das kann sehr irreführend sein. Sie lernen irgendein Protokoll und dann, ach, der Prüfer hat doch was ganz anderes gefragt. Habe ich so oft gehört. Deshalb bitte passen Sie damit auf. Nun, das führt mich zum nächsten Punkt. Protokolle, ich habe schon viel darüber geredet. Protokolle sind gut für eine grobe Orientierung. Überhaupt nichts dagegen. Absolut in Ordnung. Sie wollen irgendwie so ein gewisses Gefühl kriegen. Aber dies ist immer ein unvollständiges Bild und es kann, wie gesagt, irreführend sein. Protokolle können niemals Ihr Lernmaterial sein und dürfen nicht Basis Ihrer Lernstrategie sein. Das geht vor die Wand. Ich verspreche es Ihnen. Also einfach zu viele Geschichten gehört, dass diese Strategie eben nicht funktioniert. Nun, dann denken Sie mal an folgende Idee. Nicht alles, was in einer Prüfung gefragt wurde, war auch entscheidend für das Bestehen der Prüfung. Denn was machen die Leute? Sie schreiben dann auf, ah, alles, was Sie da gefragt wurden in der Prüfung. Und dann mitunter sind das Fragen, die sehr tief gehen. Und dann sind Sie alle nervös und denken, oh Gott, der fragt ja so tief und das und dies und das hätte ich ja nie gewusst. Und Ihnen ist aber überhaupt nicht klar, dass vielleicht diese Frage zwar gestellt wurde, aber dass die Beantwortung dieser Frage für das Bestehen der Prüfung vielleicht gar nicht wichtig war. Es ist einfach im Gespräch, im Prüfungsgespräch passiert, okay, die Frage wurde gestellt, aber wenn Sie die Frage nicht beantworten würden, wäre es möglicherweise überhaupt nicht wichtig gewesen. Und das ist der große Fehler, der hier passiert, dass Sie nun denken, alles, was in dem Protokoll steht, war nun also wichtig auch zu wissen. Und das ist ein Problem. Und ich habe das so häufig, dass man zu mir sagt, oh Gott, ich habe im Protokoll das und das und das gelesen. Mein Gott, das hätte ich ja nie gelernt. Ja, richtig, machen Sie es nicht. Lernen Sie das Wichtige sicher und spontan, weil, vertippt hier, denn was dann passiert, ist, dass Sie dann irgendwas in die Tiefe lernen und vergessen, die wichtigen Dinge in die Breite zu lernen. Und dann, ja, sind Sie in der Prüfung und haben sich falsch vorbereitet mit dem falschen Schwerpunkt. Nun lernen Sie bitte mit effektivem Material, also Material, was die Priorisierung für die KP für Sie schon macht. Das ist einfach ganz wichtig. Und die meisten Materialien, die Sie so üblicherweise kennen und lieben, priorisieren nicht für Sie. Und das ist dann ein Problem. Dann ist ein ganz häufiges Problem, ich komme nicht schnell genug durch die Themen durch. Ja, klar, das ist dann eine Konsequenz vom Lernen mit dem falschen Material und auch, wenn man sich hier nicht diszipliniert an eine Strategie hält. Es kann natürlich auch einfach sein, Sie haben einfach zu wenig zeitliche Ressourcen und Sie sind einfach nicht schnell genug. Dann müssen Sie hart priorisieren, so nenne ich das. Das ist einfach eine Triage-Situation. Diese Frage, reicht das dann? Diese Frage brauchen Sie dann nicht mehr stellen. Sie müssen jetzt mit einer statistischen Methode lernen. Das heißt, es geht darum, dass Ihre Bestehenswahrscheinlichkeit möglichst groß ist in der Zeit, die Sie eben haben. Ja, es kann sein, dass es nicht reicht. Ja, das kann immer sein. Der Punkt ist aber, Sie wollen ja Inhalte lernen, die für ein Bestehen am wahrscheinlichsten wichtig sind. Am wahrscheinlichsten wichtig. Ja, das ist eine ganz klare Triage-Situation. Und dann bedeutet das, lernen Sie zuerst die Inhalte mit den roten Ausrufezeichen in den Mindmaps. Weil wenn Sie die nicht haben, wird es schnell peinlich. Und davon können Sie sich nicht viele Fehler erlauben. Das geht dann nicht. Das heißt, Sie lernen dann wirklich nur die roten Ausrufezeichen, um durch die Themen durchzukommen. Und dann können Sie danach in Runde zwei, wenn Sie dann noch Zeit haben, Themen wiederholen und gegebenenfalls noch tiefer gehen. Aber Sie sind dann wenigstens hier einmal durch mit den roten Ausrufezeichen. Weil wenn Sie die nicht haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es peinlich wird und dass es ein Problem wird fürs Bestehen. Ganz pragmatischer Ansatz, Klartext, so geht es, das sind die Dinge, wenn Sie die beachten, haben Sie die großmögliche Wahrscheinlichkeit, durch die Prüfung zu kommen. Und alles andere, worüber Sie sich vielleicht Gedanken machen, ist alles sekundär.